So, jetzt kommt der Problem. Er guckt mir alles richtig. Könnt ihr bei mir auch machen. Ja, das ist sehr schwer. Jetzt muss ich jetzt meine Schulter ziehen. So, jetzt ist das so schwer zu machen. Komm, Michael, hilf ihm. Mach ihm schwer. Und das ist der Problem. Sobald ich das beginne. Das beginnt total. Was mache ich? Das ist ein Mealoke. Jetzt ist der Kopf hier. In diese Schulter. Mealoke. Diese Schulter geht da. Mealoke. Machst du den Spiegel nicht kaputt?